Jo Leute und damit wir uns zu das Beklopptenprojekt The Next Generation mit dem Flash Mit WTF Äh Lenny? Ja Und der Fagiszenter zu sagen Das war so klar Wie die meisten Leute kennen das ist jetzt der Nachfolger von dem Beklopptenprojekt wo der Bekloppte Flash auch dabei war Ne Will ich? Ja Warte mal ich muss auch stehen und mich glaube ich umdrehen Flash bist du da hinten irgendwo? Du bist gerufen Flash Flash Der ist nicht da Der guckt grad kuschen im Wodcast Ja der guckt grad im Wodcast Die Fotzen darf scheinen Oh man es ist dunkel Oh man Logging in Oh man Logging in Oh man 3 Wochen lang Oh man keine Rückmeldung Das wird jetzt schon kalt Jetzt ist auf einmal ne Rückmeldung da Ich hab ne Rückmeldung gefunden Ich hab ne Freitness Hallo Was geht ab da? Ja hallo Sind wir alle da? Ich bin auf jeden Fall da Er lebt grad bei mir 3 Milliarden Essen Ah Oh die Aufnahme ganze 12 FPS Ich hab 27 Ich hab 21 Ja Hallo 27 26 Oh da hat jemand Attack gemacht Ah Attack Putz putzen Ey wir haben Goblins hinter näher Ich hab ne Ich hab ne Warum leckt das bei dir so Das leckt grad wirklich so ein bisschen Ne bei mir leckt das nicht Ja ja Ein bisschen Und ich muss diesen komischen Modus bei mir ausstellen hier Vergiss das bei dir auch nicht Centos Ne Den Modus bei dir auszustellen Ach ja wir haben wieder Portal Guns Ja ja Der war vor 1 Diese 1,5 nicht drin Die stand in der Liste mit drin aber war nicht Ich find das schön mit Portal Guns Mod Ich hab mein Hut So Okay Warum muss Lenny jetzt auf einmal so leise Ach scheiße Lenni du versaust wieder die ganze Aufnahme Wie verhaut wir alles? Ich hab schon ne Workbench 23 FPS Ne verhaut dir alles Ne Ich stopp die Aufnahme das läuft wahrscheinlich nicht Dann mach Ok legen wir los Ja ja Wir legen schon die ganze Zeit los Ja Seit ich geboren bin habe ich schon losgelegt Was wir legen flach? Ne Meinst du hast in deinem Motorleib dein PC zusammengebaut und bereit zu sein? Ja Ich dachte mir schon damals Bin bereit Bin bereit Bin bereit Bin bereit Die Nabelschnur Ja Die Nabelschnur war damals schon der Der Ladenanschluss Kein Hauptproblem Aaaaaaah Stimmt Und du hast deine Mutter im Computerladen gehabt und Computerteile gefressen Ja warum nicht? So easy Nun das hat seine Mutter gemacht Ihre Mutter Eine Potato Halt's Maul Zombie Hört jetzt schon wieder geil Leck Aluminium Mach gar nicht Nein Wo ist Black? Warum leckt das bei euch? Warum leckt das bei euch? Die Milch-Settings Ich find's ja wenigstens gut dass ähm Die Items direkt droppen So reicht das Ja Direkt Aufheben kann man sich nicht Okay Bei mir schon Pumpkins hab ich grad bekommen Nice Aus God Garden Loll Kuckuckbam Keine Ahnung Katalope Chuchabam Chuchabam Andere zu essen Bam 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 Fuck Fuck Was machen wir? Fuckum Hahaha Oh nein Der Blog ist wieder aufgetaucht Hau ab Blog Flash muss sich neues Werkzeug bauen Sag denn der Server eigentlich grad Ich mach's g'schauen Weiß ich nicht Der Server sagt 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 Red's Maul du Sch... 22 Prozent Ja ich halt mein Gesicht fest Da ist doch un Äh wir brauchen definitiv eine Kiste Hallo Flash Ok wir brauchen definitiv 5 Kisten, mein Inventar ist schon gleich wieder zugemüllt Wie immer Ich hab Eisen Seit 5 Minuten und dann soll ich die Inventar zugemüllt Ich hab Eisen Ja das ist ein Modpack Lenny du machst ein ME System ne? Ja klar Lenny du baust mit deinem ME System auf was funktioniert und was Flash sicher ist Du kriegst gleich Steine als und daraus brauchst du ein ME System Lass mich jetzt erstmal BTF sicher machen dann können wir weiterreden Nein BTF sicher kriegt man das immerhin In Modpicks ist Flash glaube ich gefährlich heutzutage Ja ist Flash auch Vor was? Vor was? Bei den Beeren Nein die Beeren Bei den Beeren macht man das gar nicht wahr und nimmt man Deep Stowage Ich bin gleich tot übrigens Schon am Winter ich gleich tot bin Warum bist du gleich tot? Weil du behindert ist Ach genau da war ein Skelett das meinte so Das ist aus Ey Boom Ach so weil du Gar den Effekt auf dir hast was irgendwie Schaden machen Ne ne das ist ne Hunger Das ist ne Hunger Okay Oh hier sind Beeren Ja sind hier irgendwo Kiste Ja Bären Alter Beeren Butts Lebensaufgabe Das ist kellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf Ehm Flitschflatsch wo hast du Kiste gebaut? Ich hab keine Kiste gebaut Ich äh ich Lenny stehst du gerade noch rum oder bist du behindert? Ich bin meinem Craft man dran Jetzt behindert Lenny stehst du gleich noch rum oder bist du behindert? Ich baller hier einfach... Wollen wir uns hier niederlassen erst mal? Sag nicht, dass wir jetzt schon wieder dunkel gehen. Ich geh mal da hinten beim Wasser ein bisschen Felder bauen. Und ja, wir lassen uns hier unten in der... Hier oben erst mal nieder. Nieder, nieder, pieder. Könntest du mal nicht irgendwie alles in die Kiste reinballern? Warum? Was willst du denn da noch reinballern? Ah, genau. Hier. Zack. Was machst du da eigentlich? Willst du sterben? Bin schon gestorben. Idiot. Ernsthaft, ich spawn einfach mit drei Hungerkäulen. Fickt euch doch alle. Dreimal. Braucht jemand noch ne Axt? Nö. Weiß ich nicht. Ja, schmeiß mir die einfach hin. Ja, beste Antwort. Ich nehm auch ne Axt. Wolltest du noch ne über euch was? Nö. Oh, hier sind Bären. Nice. Nice. Alle Bären zu Adrian. Hass. Noch eine reingebautet? Danke. Ähm. Ein Hopkoppelin. Sollen wir das Silverwood abbauen? Oder kann das irgendwer brauchen? Äh, lass mal. Vorsitzender, aber wegen V-Craft. Obwohl wir das eigentlich nachher wieder hinscht. Obwohl wir finden eigentlich glaube ich nachher genug. Ja, aber lass das mal stehen. Boah, hier wachsen grad Bären. Wooh. Das sind... Äh. Ja. Jota... Jotania. Ich mach mal Knetern. Oder Puttania. Ich kenn das Spiel ja. Kann man essen? Oh, kann man essen? Was? Kannst du nicht essen? Wie kann man ein Dirtblock essen? Natürlich. Dreimal. Kann man da dreimal essen? Ich verstehe nicht, warum nachts immer Leute noch mich anschreiben. Und weil nachts toll ist. No Wallseeds, what the fuck. Okay. Oh, Robberwood. Cool. Ah, ja. Direkt mal mitnehmen. Watt aus Flash. Hallo. Ja, ich werde grad angeschrieben. Um eine Uhrzeit, die nicht mehr christlich ist. No Wallseeds, okay. Watt, die ist nicht mehr christlich im Wodcast? Christlich im Wodcast. Was? Watt, eh? 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 Also, das Standard-mäßig zu Anfang Farben gehen erstmal. Eh, eh, eh. Eh, Watt. Äh, Putt macht man sich glaub ich weh, oder? Ja. 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 Ich muss erst mal so dahin wo so Sachen sind so und dann geh ich so in holen so Last Christmas I gave you my heart You dumbass To save me from tears I give it to someone special 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 Blaschel Blaschel Mirschel Warte dafür müssen wir in den Wald gehen und wot 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 Oh hier wachsen Pilze Marshwums, Marshwums Hattest du da irgendwas gesagt mit Potato Seeds? Ja Okay Warum? Hab ich auch grad Von Agri-Kraft Oh wir haben irgendwie fallen die Blätter doch auseinander weil man den ganzen Stamm abgehakt hat KORN KORN Ach das wär nichts neues Sollen wir mal ein riesen Korn also ein riesen Weizenfeld anlegen und da immer so ein Muster reinmachen die man nur von oben sehen kann So KORN CRYZE KORN CRYZE KORN CRYZE KORN CRYZE KORN HAKEN CRYZE KORN HAKEN CRYZE Warum muss ich immer so viel raus piepen? Hä warum musst du denn mit HAKEN CRYZE raus piepen? KORN CRYZE HAKEN Richtig